riesen update auf patreon und alles was du zu imbalancen wissen musst hallo leute herzlich willkommen zu einem weiteren video heute geht es um das thema imbalancen ich wurde sehr oft zu imbalancen gefragt deswegen gehen wir das ganze heute einmal durch dann gehen wir einmal kurz trading hardware durch dazu kamen auch ein paar fragen und wir gehen kurz patron durch gefangen mit der trading hardware an thema pc was braucht man zum traden irgendeinen sechs physischen kern 12 thread cpu der letzten drei vier jahre reicht komplett aus 16 gigabyte arbeitsspeicher reicht komplett ddr4 aus eine ganz normale ssd festplatz es muss nichts schnelles sein grafikkarte irgendwas im 250 300 euro bereich wo er zwei drei monitore anschließen könnt reicht komplett aus von amd oder nvidia mehr braucht man nicht macht einen ordentlichen cpu kühler auf eure cpu drauf dass die nicht überhitzt wenn man mal ein bisschen mehr leistung braucht macht den pc auch leiser und ihr werdet lange eure ruhe habe jedes halbe jahr einmal staub auspusten das war's installiert eine bisschen fast zumeist windows version wo nicht so viel bullshit von windows drauf ist dann läuft euer pc super flüssig jahrelang und ihr müsst euch keine sorgen machen das dazu laptop genau dasselbe 16 gb ram 6 kern cpu mit 12 threads das heißt dass es um die 800 euro ausgeben und ihr habt komplett eure ruhe mehr braucht man da nicht aber achtet darauf dass sie 16 gb ram nehmen trading software ist schon ein bisschen ram hungrig windows verbraucht schon ein bisschen was also da solltet ihr darauf achten beim thema patreon update wie gesagt patreon diesen monat kommt extrem extrem viel wir werden alles zum thema orderbuch machen also von a bis z werdet ihr auf patreon alles erklärt bekommen setups erklärt bekommen wie ihr mit dem orderbuch eigenständig traden könnt das wird eine große videoreihe werden das heißt alles wenn ihr orderbuch trading lernen wollt von a bis z wird es diesen monat auf patreon geben es wird alles wieder ganz normal zum footprint wie immer natürlich geben wir machen ganz normal unsere live trades wo wir zweimal am tag unsere 1500 dollar sprich 3000 dollar am tag plus machen werden und es gibt ganz ganz viel um alerts wie ihr euch sachen erleichtern könnt um euch praktische volumen alert zu setzen für im balancen für market buy orders market sell orders für eine gewisse size die an orders reinkommen wir das mit time in sales und in jeder trading software umsetzen könnt ihr egal ob jetzt quanttower sierra chart ninja trader oder etwas benutzt ihr könnt das in jeder dieser oder bookmap oder jigsaw trading ihr könnt das ganze in jeder software umsetzen ich zeige euch wie das das ganze funktioniert und geht so dass wir weniger trades verpassen besseres timing haben um damit noch bessere trades zu machen oder aus trades gegebenenfalls auch wieder raus zu gehen das heißt dieses ganze trades nicht verpassen bessere trades machen so ein timing optimierung ist ein ganz ganz großes thema zusätzlich natürlich zu dem zweimal am tag live trading so jetzt fangen wir an mit dem was ich euch erklären wollt ihr seht es schon im hintergrund und es geht um überlassen und was ganz interessantes passiert hier gerade wir sehen wir haben sehr viele mit im balancen und einzeln verstreute im balancen und der markt steigt trotzdem an und fällt nicht besonders mit den starken bit im balancen ich erkläre ich jetzt wie wir mit der hilfe von starken im balancen wieder zonen finden aus dem wir brechen streiten können also erstmal was haben wir hier wir gehen mal alle im balancen die wir einmal haben durch das heißt hier meine starke abwärtsbewegung mit schönen bit im balancen das heißt diese kerze ist erstmal dynamisch was passiert in der nächsten kerze alles wird absorbiert der markt kann die dynamik nicht halten wir haben hier oben noch mal ein volume to low volume retest mit im balancen das heißt das ist auch wieder dynamik hier haben wir nichts bewegendes eine einzelne im balancen ist irrelevant das ist auch relativ irrelevant das ist wieder jetzt sehr relevant hier haben wir eine volume im balancen am top wie extrem stark daran gegenspiele hat mit über 700 käufern das heißt ja mir auch eine sehr sehr starke absorption das heißt das level hier ist ein key level das können wir schauen markieren als key level das ist ein key level wo der markt extrem stark gekämpft hat das heißt dieses level hier machen wir auch mal eine andere farbe das ist das ist extrem extrem wichtig wir haben extrem viele käufer gehabt die versucht haben den markt an diesem punkt hoch zu pushen das heißt hier wird versucht den markt hoch zu pushen und es wurde denied wir haben nur einen einzigen tic hier oben ins ask reingehandelt wo kaum was gehandelt wurde das heißt wenn wir diesen bereich nachhaltig brechen ist das ein sehr sehr gutes kaufsignal woraus wir impuls entwickeln können in die long richtung ok ganz ganz wichtig andererseits man muss immer das hat immer zwei medaillen wissen wir auch dass es hier sehr viele aggressive verkäufer gibt das heißt wir müssen trotzdem aufpassen wir müssen ein klares signal haben wir sehen dann auch quasi hier direkt die nächste bestätigung der markt macht dasselbe noch mal aber wir sehen diesmal haben wir hier deutlich weniger verkäufer allkäufer schuldigung und direkt darunter haben wir auch schon extrem viele verkäufer und die pushen den markt noch mal einmal runter ok ihr wisst ihr habt ja gelernt wir wollen immer alles mit zweifacher bestätigung train das heißt wir haben das ganze jetzt hier erste mal angetradet hier wird das ganze zweite mal angetradet wir haben dann nachdem wir das hier angetradet haben haben wir das tief hier unten gehalten wo wir auch hier unten hier mehr wieder eine starke high volume zone bei dem imbalancen wo wir auch ein high volume delta change haben beziehungsweise auch ein v reversal das heißt der markt hat sich auch schönes umkehrsignal gebildet dieser high volume bereich ist ja ist ja noch naked beziehungsweise der pock ist naked das heißt das ist ein schöner bereich um das ganze noch mal anzutesten hier gehen wir schon grob in den high volume bereich rein traden das das erste mal an machen eine schöne aufwärtsbewegung wir sehen wieder unterstützt von starken imbalancen was passiert dann der markt kommt das zweite mal in diesen bereich wir brechen das ganze jetzt mal kommt wieder zurück und da merken wir uns wir haben ja mitgezählt das hier ist unsere eins jetzt wäre das hier quasi in dem bereich unsere zwei und was passiert hier wir sehen der markt exhausted betreibt front pushing und wir haben was wir gelernt haben hier unsere divergenz zwischen kerze und cock und auch eine allgemeine divergenz und das wiederum mit den zwei mal schönen antesten von diesem high volume bereich hier unten und wir haben auch noch wieder ein high volume delta change das ist dann unser long einstieg und danach entsteht unsere long bewegung ihr seht sehr komplexe bewegung sehr viel was ich jetzt erklärt habe aber das ganze runter gebrochen auf die starken imbalancen zonen sagen wir einfach wir haben stark imbalancen und top der markt lehnt das ganze ab wir warten auf ein ganz klares einstiegssignal wenn wir mit genug abstand zu einem passenden widerstandsbereich reinkommen in dem fall haben wir ja hier mehr als vier tics abstand ist es ein trade den wir eingehen können und dann machen wir den trade auch wenn wir weniger wenn wir nur so kleine trades haben mit einer kleinen range macht das als korrelations trade dann habt ihr keine vier tics tage habt ihr eher 20 30 40 tics target je nachdem wie dynamisch der markt gerade ist und wie gut die korrelation ist habt ihr aber dann deutlich besseren trade als wenn ihr das ganze initial trade im ersten nur die vier tics mitnimmt und das ganze ist zum verwalten deutlich einfacher ihr seht das war sehr kompliziert was ich erklärt habe es ist sehr viel passiert man kann es aber auch wenige sachen runterbrechen man muss nicht alles verstehen aber das war halt die bewegung das war der grund dahinter wie man das ganze lesen konnte jetzt würde mich mal interessieren schreibt mal in die kommentare wer von euch hat das verstanden was sind fremdworte für euch was habt ihr nicht verstanden was habt ihr vielleicht anders gesehen das würde mich mal interessieren unter allen kommentaren verlose ich eine kostenlose grundlagenausbildung mit set ups also haut mal schön in die kommentare rein ich bin mal gespannt was ihr da so findet oder was ihr versteht was nicht stellt einfach fragen und es wird einfach unter unter allen kommentaren wird es einfach per zufall dann entschieden also schreibt gerne viele kommentare wie gesagt und wenn ihr sowas live sehen wollt das mache ich auch patron jeden tag mit auf diesen erklärungen manchmal noch ausführlicher je nachdem wie es gerade die zeit im live trading zulässt könnt ihr mal fragen stellen könnt euch das alte aufgezeichnet auch anschauen ansonsten das war's morgens in nfp ist morgens freitag der erste denkt dran nfp ist 1430 dazu gibt es auch wieder ein special video und natürlich auch special live trading bis dahin macht's gut leute bis zum nächsten mal ciao ciao